Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen auf dem Kanal der Kinder Mariens. Auf der Seite von T-Online ist ein sehr interessanter Bericht erschienen. Der tiefe Fall des Georg Genswein. Papst Vertrauter sucht jetzt Arbeit. Er war der engste Vertraute von Papst Benedikt XVI. Nach dem Tod Josef Ratzingers fiel Georg Genswein im Vatikan in Ungnade. Nun startet er in Deutschland ein neues Leben. Breisgau statt Vatikan, Kaiserstuhl statt Papstthron. Das ist grob gesagt das neue Leben des Georg Genswein. Der 67-jährige Geistliche war einst einer der mächtigsten Männer innerhalb der katholischen Kurie, zog als engster Vertrauter des deutschen Papstes Benedikt XVI. in Rom die Fäden. Nun ist Genswein wieder in Deutschland. Und er startet hier so etwas wie ein neues Leben. Am Dienstag hielt er eine Messe im bayerischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild, wurde dabei von den zahlreich erschienen Gläubigen mit freundlichem Applaus begrüßt. Josef Ratzinger, wie Papst Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hieß, wird von vielen Menschen in Bayern auch nach seinem Tod im Dezember 2022 verehrt. Etwas von dieser tief empfundenen Zuneigung bekam nun auch Genswein zu spüren. Auf Geheiß vom Papst Franziskus I. war Genswein im Juli 2023 in seine Heimatdiözese Freiburg zurückgekehrt. Nicht ganz freiwillig, wie es aus Kirchenkreisen verlautete. Von Abschiebung war die Rede. Davon, dass Genswein bei Franziskus I. in Ungnade gefallen sei und der amtierende Papst ihn in die Verbannung geschickt habe. Tatsächlich hatte Franziskus I. Genswein wohl schon Mitte Mai ein Ultimatum gesetzt. Bis zum 1. Juli sollte er Rom verlassen. Weitere Aufgaben wurden ihm nicht zugedacht. Genswein musste also ohne neues Amt gehen. Ein herber Schlag für den Mann, der als Privatsekretär Benedikt XVI. seit 2005 in der Schaltzentrale der katholischen Kirche gewirkt hatte. Doch Genswein war umstritten. Der als erzkonservativ geltende Geistliche hatte seinen Unmut über den als Reformpapst angetretenen Franziskus I. sogar in einem Buch mit dem Titel »Nichts als die Wahrheit kundgetan«. Erschienen war es 2022, kurz nach dem Tod Josef Ratzingers. Darin beklagte er unter anderem den Umgang des aktuellen Amtsinhabers mit ihm und plauderte interner aus dem Inneren des Vatikan aus. Das kam dort nicht gut an. Nach dem Tod Ratzingers hatte Genswein dem aktuellen Papst offenbar Vorschläge für seine Weiterverwendung gemacht. Ein Posten als Nunzius in Costa Rica sei im Gespräch gewesen, hieß es. Er selbst dementierte das. Auch eine Anstellung als Theologieprofessor. Am Ende wurde es nichts von all dem. Franziskus I., das muss man wohl so sagen, warf Genswein schlichtweg raus. Nun also wieder Deutschland. Vertraute Umgebung. Den Auftritt im Wallfahrtsort Maria Vesperbild genoss Genswein, der vom Benedikt XVI. 2013 zum Erzbischof ernannt worden war. Der 67-Jährige habe in dem Ort, in dem er auch früher schon oft Urlaub gemacht hatte, ein Stück Heimat gefunden, wo er wieder neu auftanken dürfe, sagte Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert. Dafür hat er nun ausreichend Zeit. Im Bistum Freiburg lebt Genswein derzeit im Priesterseminar und will aushelfen, wenn er gebraucht wird, wie er kürzlich bei einer Buchvorstellung sagte. Ich bin jetzt hier. Bin auf der Arbeitssuche sozusagen. Aushelfen. Arbeitssuchen. Es sind ungewöhnliche Worte für einen der ehemals einflussreichsten Männer in der Kirche. In seiner Predigt zum katholischen Feiertag Maria Himmelfahrt sprach Genswein über die Vorstellung vom Himmel, die leibliche Auferstehung. Auch wenn die Vorstellung von anderem belächelt werde, zeige sie doch eine zentrale katholische Hoffnung, völlig von Gott angenommen zu sein. Angenommen werden ist auch für Genswein ein Thema. Jeder Mensch sehnt sich nach Angenommensein, sagte er bei seiner Predigt, vor allem in schwierigen Lebenssituationen. Er sprach von vielen Türen, die uns vor der Nase zugeschlagen worden sind, von Verleumdung aus dem Hinterhalt und auch von Einsamkeit. Wer wollte, konnte darin sicherlich einen Bezug zu seiner eigenen Biografie erkennen. Der ehemalige Privatsekretär des Papstes fängt neu an, da, wo für ihn alles angefangen hat. Liebe Freunde, lasst uns für Georg Genswein beten, dass er schnell wieder eine christliche Aufgabe findet, die er sich ganz im Sinne Gottes widmen kann. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.